So jetzt müsste ich ja jetzt ein bisschen aufsehen zumindest im chat da sehr schön okay passt reicht mein kabel alter fuchs und die playstation an ich könnte kotzen dreckscontroller das passt gut hat natürlich lange gedauert weil empfinden seine controller leer waren warum auch immer so und es ist auf englisch weil ich keine zeit mehr hatte ich musste jetzt aufladen ich habe keine zeit mehr gehabt irgendwas zu machen nein zurück zurück und er hat natürlich die dinge auch umgestellt das ist das was ich jetzt noch auf die schnelle einstellen konnte aber ob das so passt weiß ich nicht aufwärmen aber nett auf englisch aber morgen ist wieder auf deutsch hat sich nichts geändert mit den flexiblen unterschenkeln so genug trainiert also ich habe jetzt eingestellt dass ich zweimal lauf zum warm machen dann weil ich ja hauptsächlich auf unterschenkel bauch und oberschänken ja danke spiel viel beinarbeit heute so so Es ist so gut, es ist so gut, es ist so gut. ziehen geht nicht oder was der finn hat den controller anders belegt grundsätzlich und ich weiß nicht ob das dann Auswirkungen auf Ring Fit auch hat das laufen ist anstrengender als damals finde ich was was Chat lese ich gleich, ist ein bisschen klein von hier und am PC kann ich ihn ja nicht mal lesen. Und immer noch so arm, dass es nicht für Funk-Kopfhörer reicht. Hi Jenny, hi Kevin, hallo Henry. Insgesamt gibt es heute aber nur dreimal Laufen, glaube ich. Mehr habe ich nicht eingestellt. Fünf Minuten zum Aufwärmen, recht eh. Zumal ich heute schon im Fitnessstudio war, zwei Stunden. 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 außerdem hat die nachbarin die davor unter mir gewohnt hat gesagt das ist voll laut wenn ich ringfitt mache jetzt habe ich angst dass die neue weil feiertag ist bald hochkommt was was du w w w w w Das war's für heute. dir auch einen schönen Abend Thomas und hi Katharina und hi Melanie so, Squat endlich das ist nämlich etwas, was ich im Fitnessstudio nie mache aus gutem Grund war nix gut, ich habe es halt auch nicht auf mich eingestellt es ist auf den Kinn eingestellt wird morgen anders aber ich merke es auf jeden Fall im Oberschenkel das ist das Wichtigste aber vielleicht kann ich das einstellen warte continue ja ist noch schlechter du bist nicht tief genug geh tiefer du Sau tiefer komme ich nicht das ist das du bist fuh 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 Aha, okay. Ich sehe, was du... Muss ich mir mal zuschauen da. Ah. 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 1, 10 mehr, 2, 1, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 2, good, stay focused. Ja, jederzeit. So, auseinander, so. So, dann können wir auch die Stütze unterstützen. So, dann können wir auch die Stütze unterstützen. So, dann können wir auch die Stütze unterstützen. Gut, also für morgen auf jeden Fall kürzere Übungen. Bin ich schon beim Machen gelangert. Da freue ich mich auf meine Beinübungen. Danke fürs Teilen. Einen Hup. Danke fürs Teilen. Einen Hup. Okay. Excellent. Excellent. Na, da schau. Das kann er. Rumdrücken kann er. Ich weiß nicht, ob das 20 eine gute Idee ist. Okay. Okay. Let's go. Be sure not to raise your chin. Fine. Work. Perfect. Yes. Yes. Amazing. Auf jeden Fall ist der ja viel cooler als der deutsche Bot. Der ist ja richtig motivierend. Nice. Amazing. Okay. Very nice. Very nice. Great. Ah, da. Die sind für mich auch der Horror. Aber kannst noch die Übung die Übung, wo du da Klimmzüge machen musst im Fitnessstudio wo ich dich aus Versehen hochgehoben habe wo du sauer warst da kriege ich jetzt sieben Klimmzüge hin ohne Unterstützung mittlerweile das kann ich richtig gut auf der Arbeit haben wir so eine Klimaanlage da kann man sich auch dran festhalten da kriege ich zehn freihändisch hin also nicht so selbst hochziehen also es bringt schon was das war's, oder? eine lefte Okay, let's move. Press in on the ring-con and clean that. Fine work! Awesome! Okay! Amazing! Great! Well done! Amazing! Nice! Perfect! Excellent! Da brennt so richtig bei mir diese Schultersachen. Hi, hi Dagmar! Okay! Cool! Good job! Yes! Yes! Keep it up! Alright! Very nice! Excellent! Great! 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 Fantastic! Great! Great! Awesome! 5, 4, 4. It's a great job! I am never feeling good. Nice! Nice! Of course! Good job! Good job! 3, 1, 1, 1. Great! Nice! ja und jetzt kommen die schlimmen beinübungen nein jetzt kommt erst noch mal der scheiß nächste runde kommen die beinübungen also jetzt kann ich ja auf die seite gehen weiter gehe ich auch mit der kamera ein bisschen runter dass die beine siehst aber ich glaube das liegt hauptsächlich daran dass ich es vorher nicht schaffen nicht geschafft habe das auf mich einzustellen trainer weil früher war ich auch nicht tiefer unten aber machen wir nächstes event machen wir morgen mehr da lege ich das wieder weg nicht mehr nicht mehr nicht mehr Lower down, raise up, halfway there. Lower down, raise up, left, ten more. Lower down, raise up, left, right. Lower down, raise up, five more. Lower down, raise up, left, right. Good, stay focused. Side step. Move super energetically. Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. And extend your arms upward. Dos, uno, halfway there. Uno, ten more. Dos, uno, dos, uno, five more. Dos, uno, dos. You made it. So, zwischen den Übungen habe ich mir überlegt, könnten wir Liegestütze machen. 25, dann kommen wir auf 75 während der ganzen Übungen. Und die, die keine Liegestütze machen können wegen der Gesundheit, würde ich jetzt irgendeine andere Übung machen. Was gemütlich ist. Vielleicht, also Sit-ups sind schwieriger, keine Ahnung. Irgendwas, wo ich eine Minute arbeite. Vielleicht ein Plank oder sowas. Und do your best, not to bounce. Bring yourself back slowly. Bend your left knee and bring your ankle up behind you. Pull your knee backward and stretch the front of your thigh. Now, do the same on the opposite side. Hold the top of your foot to stretch your shin muscles as well. Bring yourself back slowly. Widen your stance, place your hands on your knees and drop your hips. Rotate your left shoulder inward and extend your left hip joint. So. Jetzt kommen die blöden Übungen. Also 114 Kalorien, das könntest du schon mal vergessen. Das waren maximal 80 oder so. Gut, da laufen will ich jetzt nicht zweimal. Ah, ah. So. Gut, was können wir noch? Twist haben wir schon. Zack, zack, zack. Ja. Auch genug. Noch irgendeine Beinübung. Die nach dem Russian Twist. Und nach dem Blank noch ein Bergsteiger. Aber ein kleiner, oder? Ja. Nein. Ja. Ein 50er Bergsteiger. Ah, okay. Passt. Gott hat sich entschieden. Offensichtlich. Puh. Gut. So. Ich glaube, das reicht vom... 3, 2, 1... Also, na... Nichts zu warm machen. Runter jetzt auf die Beine. Oh, mein Gott. Reicht das? Sieht man da was? Nein. Okay. Okay. Leicht an. Ah ja, schön. Okay, let's move. You're doing this, but you're like how the floor works your act. Neat. Awesome. Das muss sich auf jeden Fall in dem Monat verbessern. Da bin ich jetzt nämlich sehr scheiße drin. Und da will ich besser werden. Und das geht halt schön auf die Bauchmuskeln. Perfekt. Und im Fitnessstudio kannst du die Übungen nur machen, wo viele Frauen sind. Und das ist mir unangenehm. t gut. Wie funktioniert. Verwalt. Keep it up. Great. Fantastic. Good job. All right. Yes, yes! And return. Excellent! Okay! Sharp! Okay! Wonderful! Bam! Excellent! Amazing! Neat! Nicely done! Well done! Five more! Okay! Okay! Three! Well done! Great! Nice! One lap! Right off! Schön! You made it! Gleich weiter! Okay, let's go! Okay, let's go! Yeah, too soon! Alright! Perfect! 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 Neat! Amazing! Very nice! And return! And return! Great! Keep it up! Great! Excellent! Okay! Good job! Nicely done! Ja, das ist zu lang. Great! Oh, derweil geht's noch. Okay! Fantastic! Well done! Amazing! Vance, Aston! Yes! Yes! Wonderful! Fine work! Oh! Gut, jetzt Trainers Lieblingsübung bei mir. Aber ich habe gelernt. So, jetzt sieht man, ich weiß, dass ich weit nach hinten muss, nämlich. Ah, ich muss den jetzt auch nehmen. Ja, gut, umso besser. Ja, ist scheiße. Auf dem nassen Boden jetzt. Da muss ich auf jeden Fall mehr zurück. Oh, ich glaube, das war einer. Gut, die haben wir jetzt unnötig da eingefügt. Aber es sind nur zehn. Da war er cleverer. Okay, let's go. Oh, this will focus on working your legs. Raise your lower back. Nice improvement. Five more. Good job. Excellent. If you're having trouble with the controls, press the plus button. One left. Okay. You made it. Okay. Gotta dance. Dang. demandé twist. Ähm. Oof. 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 All right, left, right, left, left, right, left, right. Focus on moving your arms from your shoulders. Left, right. Halfway there. Left, right, left, right. Ten more. Aha, ok, sehe ich, was ich falsch gemacht habe. Morgen wird es besser. So, Im Leben nicht. Alter, warte. Der ist nämlich getiltet. Arschloch, bin fit. Na, sieht man nicht. Hallo, Hannes. Geht aber nicht gut, das habe ich gemerkt. Na, sieht man nicht gut. Äh, leck mich doch an Bobbes. Das kann ich aber auch. Ja. 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 Blank. Das kann er. Blank. Ja. 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 Nice! Perfect! Neat! Sharp! Yes! Yes! Nicely done! Excellent! Amazing! Fantastic! Ten more! Great! Wonderful! Neat! Excellent! Well done! Amazing! Good job! Perfect! Perfect! Very nice! Five more! Fine work! Keep it up! Good! Good! Very nice! Nice! Great! Great! Awesome! One lap! Right off! You made it! Mountain Climber! Let's go! Bye bye! this exercise is also great for working your leg muscles half way there 10 more 5 more you made it So, aber ich sage euch was, das war dann genug für heute, für das erste Mal. Halbe Stunde jetzt, ne? Fixe. Ja, 40 Minuten fast, also mehr als genug. Na, so, was haben wir da noch? Okay, na, gut, jetzt haben wir nichts mehr für heute. Also, morgen dann wieder, 19 Uhr. Ich passe die Übungen an, dass sie nicht ganz so lange dauern, dass wir morgen dann alle dreimal durchkriegen und dann nicht. Äh, Squat 20 Mal, dann lieber dreimal 10 oder so. Das ist zu lang, zu langweilig. Blank war jetzt auch zu lang. So, Kuss aufs Auge. Ah, ja, noch Oberarmflex, Hannes. Wenn du noch da bist, schau. Habe ich mich ganz angestrengt schon. Sieht man nicht? Na, jetzt. Das war das Ziel von den letzten drei Monaten. Habe ich brav geschafft. Ah, genug. Mein savaum ist nur mit. Die Kuss Bathes.